Moin Leute, wir gehen heute mal einkaufen. Und zwar Zahnpasta. Klingt komisch, macht aber gleich Sinn. Stellt euch jetzt mal vor, jeder der 387 Hersteller würde exakt die gleiche Zahnpasta zum gleichen Preis anbieten. Dann werdet ihr Teil eines vollkommenen Marktes. Wenn ihr wissen wollt warum, bleibt dran! Der vollkommene Markt ist das Modell eines idealen Marktes in Marktwirtschaften. Deswegen bauen auf dieser Vorstellung auch alle Theorien zu Marktwirtschaften auf. Allerdings müssen wir auch direkt wieder festhalten, dass es ein sehr theoretisches Modell ist, das in der Realität in der Reinform nicht existieren kann. Ziel ist es aber, möglichst nah da ranzukommen. Was genau gilt denn jetzt auf dem vollkommenen Markt? Eine ganz wichtige Eigenschaft haben wir bei dem Beispiel mit der Zahnpasta am Anfang schon genannt. In vollkommenen Märkten sind die Produkte aller Hersteller komplett identisch. Sie können das Gleiche, sind gleich groß und sehen gleich aus. Deswegen haben Konsumentinnen und Konsumenten auch keinerlei Vorlieben für bestimmte Marken. Der Fachbegriff dafür lautet homogene Güter. Zweitens gibt es eine sehr große Anzahl von Anbietenden und Nachfragenden. Dadurch besitzt niemand Marktmacht. Die dritte Eigenschaft ist, dass es keine Preisunterschiede zwischen den einzelnen Herstellern gibt. Das macht auch Sinn, denn die Produkte sind ja eh alle gleich. Gäbe es Preisunterschiede, würden Käuferinnen und Käufer nur bei dem günstigsten Hersteller einkaufen und die anderen würden auf ihren Produkten sitzen bleiben. Viertens herrscht auf vollkommenen Märkten auch vollkommene Transparenz. Das bedeutet, dass alle Teilnehmenden eines Marktes alle Preise kennen und generell alle Informationen über Produkte und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Ihr könnt euch das ein bisschen wie bei einer Preissuchmaschine im Internet vorstellen. Dort werden euch ja die Preise aller Hersteller angezeigt. Und zu guter Letzt ist die Reaktionsgeschwindigkeit auf vollkommenen Märkten unendlich hoch. Das ist wahrscheinlich der Punkt, der am wenigsten in der Realität erfüllbar ist. Denn er bedeutet, dass es keinerlei Verzögerungen wie Lieferzeiten oder ähnliches gibt. Im Gegenteil, alle Marktteilnehmenden sind immer sofort über alle Änderungen auf dem vollkommenen Markt informiert und reagieren auch sofort darauf. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Wie schon gesagt, kann es in der Realität keine komplett vollkommenen Märkte wie im Modell geben. Spätestens bei der unendlich hohen Reaktionsgeschwindigkeit ist das nämlich auch physikalisch unmöglich. Allerdings gibt es Märkte, die einem vollkommenen Markt zumindest nahe kommen. Einer davon ist die Börse. An der Börse werden Aktien gehandelt. Aktien sind Anteile an Unternehmen. Wenn ihr eine Aktie besitzt, gehört euch also ein kleiner Teil eines Unternehmens. Aktien können an der Börse frei gehandelt werden. Man kann sie also schnell an andere verkaufen oder sich selber neue Aktien einer anderen Firma kaufen. Der Preis von Aktien wird Aktienkurs genannt und wird wie im Marktmodell üblich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Was ist an der Börse nun fast vollkommen? Erstmal sind die Güter dort homogen. Ob ich die erste oder 349. Aktie eines Unternehmens besitze, ist egal. Sie sind beide identisch. Außerdem ist die Börse ein Handelsplatz mit vielen Millionen Aktien und dadurch auch mit einer sehr großen Anzahl von Anbietenden und Nachfragenden. Check! Der Preis von Aktien wird durch Angebot und Nachfrage gebildet. Er ist also grundsätzlich für alle gleich. Dennoch gibt es hier schon die erste Abweichung, denn Verkaufende können unterschiedliche Verkaufspreise verlangen, wenn sie möchten. Außerdem ist die Börse nicht vollkommen transparent. Zwar müssen die Unternehmen an der Börse ihre Geschäftsberichte offenlegen und die Informationen sind alle schnell über das Internet abrufbar. Man muss also nicht erst irgendwo hinfahren. Trotzdem kann man zum Beispiel nie die Absichten einzelner Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer kennen. Und last but not least ist eine unendlich hohe Reaktionsgeschwindigkeit, wie schon erwähnt, gar nicht möglich. Es geht zwar alles sehr schnell an der Börse, da alles elektronisch läuft, aber sehr schnell ist eben nicht unendlich schnell. Was bringt uns denn jetzt ein Modell, von dem wir wissen, dass es nicht wirklich existieren kann? Das ist eigentlich ganz einfach. In vollkommenen Märkten funktionieren Marktwirtschaften perfekt. Das heißt, dass in dieser Marktform auch alle Vorteile von Marktwirtschaften am besten erreicht werden. Das Ziel ist es also, Märkte möglichst nah zu vollkommenen Märkten zu entwickeln. Um das zu erreichen und vor allen Dingen Fehlentwicklungen zu korrigieren, greifen Staaten mit ihrer Wirtschaftspolitik in die Wirtschaft ein. Wenn ihr mehr zu Wirtschaftsordnungen und Wirtschaftspolitik wissen wollt, schaut euch gerne unsere Videos dazu an. So, fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Ein vollkommener Markt ist die optimale Marktform für Marktwirtschaften. Hier sind alle Güter homogen. Es gibt eine sehr große Anzahl von Anbietenden und Nachfragenden, sodass niemand Marktmacht besitzt. Es gibt keine Preisunterschiede zwischen den einzelnen Herstellern und es herrscht vollkommene Transparenz. Außerdem ist die Reaktionsgeschwindigkeit unendlich hoch. Diese Voraussetzungen sind in Wirklichkeit natürlich nicht komplett erfüllbar. Marktwirtschaftliche Staaten versuchen jedoch, möglichst nah daran zu kommen, um die Vorteile von Marktwirtschaften so gut es geht auszuschöpfen. Du willst passende Aufgaben zu diesem Video? Dann klick jetzt hier und hol dir die SimpClub App. Dort findest du Aufgaben auf Klausurniveau und mit einfachen Lösungswegen, sodass du alles verstehst. Also klick jetzt hier und hol dir die App. Bis gleich.